Die Sopranos ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die vom Leben einer Italo-amerikanischen Mafia-Familie in New Jersey handelt. Die Serie, die in den Jahren 1999 bis 2007 auf HBO zu sehen war, wurde unter anderem mit 21 Emmys und 5 Golden Globes ausgezeichnet. Die Reiters Guild of America wählte die Sopranos auf Platz 1 der 101 Best Written TV Series. Auf der Website Metakritik, die Kritiken von verschiedenen Redaktionen zusammenfasst, hält die letzte Staffel einen Metascore von 96%. Produktion Der Autor und Regisseur David Chase wurde von dem Produzenten Brad Gray angesprochen, ob er den Paten fürs Fernsehen machen wolle. Er wollte schon ablehnen, als ihm einfiel, das Thema mit einer Filmidee zu kombinieren, die er schon länger geplant hatte, ein Mafia-Boss in Psychotherapie. Der Produzent akzeptierte das Konzept und die Fox Broadcasting Company kaufte die Rechte. Allerdings fiel das Drehbuch des Pilotfilms durch, da die Konstellation für das frei empfangbare Fernsehen der USA kaum geeignet schien. Auch alle anderen Networks lehnten ab, weshalb die Produzenten das Skript dem Kabelkanal Homebox Office anboten. Der Co-Präsident von HBU, Richard Plepler, erinnert sich an die Vorstellung der Serie bei ihm und Chris Albrecht, dem Programmchef. Die Sopranos nimmt in vielfältiger Weise Bezug auf andere klassische Mafia-Filme. So sieht man Toni am Tag der Beerdigung seiner Mutter, Tränen überströmt vor dem Fernseher sitzen, in dem der öffentliche Feind läuft. Ein wichtiger Impuls war die Filmreihe »Der Pate«, aus der die Figuren häufig und durchaus bewusst zitieren, Silvio Dante kann sogar ganze Monologe daraus auswendig. Der stärkste Einfluss dieser Traditionslinie ist Gut Feles ein Film, den Schöpfer und Showrunner David Chase als seinen Koran bezeichnete und der nach Art und Häufigkeit so oft anklingt, dass es von Kritikern durchaus auch als bereits überzogen wahrgenommen wurde. Einige Einflüsse stammen auch aus anderen inhaltlichen Zusammenhängen. Hier sticht besonders die Serie »Detektiv Rockford – Anruf genügt« hervor, an der David Chase von 1976 bis 1980 als Drehbuchautor und Produzent mitwirkte und die ebenfalls ein wöchentlich ausgestrahltes Hybridformat aus Krimi, Comedy- und Dramaserie darstellte. Hier lassen sich teilweise sogar direkt übernommene Ideen einzelner Episoden feststellen. Auch im Ensemble sind die Bezüge auf das Genre des Mafia-Films deutlich erkennbar. Nicht nur waren zahlreiche der Darsteller im Film »Goodfellas« zu sehen, sondern ZB, auch in der Pate von »Manhattan« oder »Mickey Blue Eyes«. Regisseur und Produzenten machten ungewöhnlich viele Vorsprechtermine und entschieden sich teilweise dafür, Rollen mit Schauspielern zu besetzen, die sie ursprünglich für andere Charaktere vorgesehen hatten. Die Rolle des Konziglierer Silvio Dante wurde nach langer Suche mit dem Rockmusiker Stephen van Sand besetzt. Die Drehbuchautoren arbeiteten eng mit den Schauspielern zusammen, die dadurch ihre persönlichen Erfahrungen und auch sprachlichen Besonderheiten einbringen konnten. Musik zur Serie David Chase, der Schöpfer der Serie, wählte zusammen mit dem Musikproduzenten Martin Brüstle und der Musikredakteurin Catherine Dayard die Lieder zur Serie aus. Manchmal stand ihm Stephen van Sand beratend zur Seite. Stilistisch reicht das Musikspektrum der Serie von Mainstream-Pop über Oldies und Classic-Rock bis hin zu Jazz, Soul und Hip-Hop. Die Premiere in den USA lief am 10. Januar 1999 auf HBO. Die Dreharbeiten für die sechste und letzte Staffel begannen im Frühjahr 2005. Mit 21 Folgen war diese die umfangreichste. Die Ausstrahlung der ersten zwölf Episoden begann auf HBO am 12. März 2006 und endete am 4. Juni 2006. Ab 8. April 2007 um 21 Uhr wurden die letzten neun Bonus-Episoden in den USA auf HBO gesendet. Das Serienfinale Die Sopranos schlagen zurück wurde am 10. Juni 2007 zur Hauptsendezeit auf dem Heimatsender der Serie ausgestrahlt. Ab 12. März 2000 wurden in Deutschland die ersten drei Staffeln im ZDF gezeigt, wobei der Ausstrahlungszeitpunkt von anfänglich Samstagabend sukzessive nach Sonntagnacht verschoben wurde, bis die Ausstrahlung mangels Interesse seitens der Zielgruppe und wegen ausbleibenden Erfolgs eingestellt wurde. Die Serie wurde außerdem von September bis Dezember 2005 bei Kabel 1 ausgestrahlt, aber auch hier wegen schlechter Quoten zunächst abgesetzt. Erst im Januar 2007 wurde sie mit der zweiten Staffel und mäßigem Erfolg fortgesetzt. In Österreich lief die Serie 2002 auf ORF1 an. Auch in der Schweiz wurden die Sopranos zeitweise gesendet, zuletzt auf SF1. Die letzte Staffel wurde nach mehreren Verschiebungen seit dem 21. November 2010 auf SF2 in zwei Kanalton gesendet. Beginnend im September 2004 strahlte bereits der Pay-TV-Sender Premiere die Sopranos aus, wo auch die vierte, fünfte und sechste Staffel erstmals in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesendet wurden. Premiere hatte den ersten Teil der sechsten und letzten Staffel der Sopranos ab dem 20. September 2006 auf Premiere-Serie ausgestrahlt. Die restlichen neun Bonus-Episoden waren dort ab dem 5. Dezember 2007 zu sehen. Mittlerweile wurden alle Folgen auf Sky- bzw. Fox-Serie ausgestrahlt und wiederholt. Zum Sendestart am 23. Mai 2012 zeigte Sky Atlantica die alle Folgen im deutschen Fernsehen erstmals in HD-Qualität. Die erste Ausstrahlung der sechsten Staffel in Europa wurde vom irischen Sender RTE vollzogen.